das war ja auch mitfahren ja es gab es gibt eine mission hatten am schluss haben beide dann motorrad ohne fliegt gegner getroffen tada ach manu lass mich erst mal mörser entfordern mach da unten kommen sie das gesehen da unten sind sie naja fast jetzt müssen gefordert wer 1 dann anfordern mit x wenn du das machst kann ich es nicht machen okay eine patrouille ist alarmiert kommen natürlich von hinten nehme ich an na komm nach der deckung pass auf hinten hinter uns kann hatte ich mich trotzdem sehen die mich durch den busch das ist unrealistisch nein warum hat sich alles bewegt und du bist halt einer der dann halt meistens ein bisschen ruhiger liegt die rennen durch den busch das finde ich in ordnung ich habe hier auf den boden gelegt die haben mich gesehen naja ja nur weil du mit dem mörser experimentieren wolltest ja ich weiß ja nicht wie der eingesetzt wird dann sind wir oben ach cool sind wir über den sogar hier vom außenrum oh stimmt ich kann gerade fast in die schlucht ah ne ist ja gar keine richtige schlucht ich kann von oben angreifen haha die wollen einem helfen wer naja oh vorsicht noch ein lager setze drohne ein eins eins zwei oh denkung alles klärchen papa bärchen alter ich treffe dich nicht die idioten was hier kommt zu dir ne gerade an der drohne sind aber nur noch drei hat ja diese ganz großen waffen nach boden schön dass du dir wirst schön dass du da einfach reingegangen bist ich bin dankbar ich habe mich auch immer gesehen leute wir sind profis natürlich immer immer doch ja du willst diese komischen sachen da haben ja das hilft uns ja aber die erste also die bei das traumpaar das kriegst auch so kaputt aber ich will dich einfach durchwaschen ich meine das kriegst auch so kaputt alles mitnehmen wir wollen doch alles sehen leute was das für ein let's play wenn wir einfach durchwaschen erzähl wieder oben ja dann gehen wir anders vor taktischer das ist ein taktischer spiel kein division das ist ein taktischer spiel ich bin der wir sind jetzt weg na gut wenn da keine mehr sind geh ich vor hab du hinten ich bin der der aufnimmt das weißt du ne ja du hast ja welche gesehen ja das sind die hinten sind ja das sind die hinten sind aber sonst ist doch keiner ne dies machst du doch keiner hm kann es mal tag werden wieder ja ich bin gerade immer am herzwitschen zwischen nachtsicht und normal hm hm ah hier können wir was holen wenn man da drüber wenn man da durchkommt ach nun munition ja und haben immer gebrochen ich bin voll ich auch ja hier ist noch was der ranger fängt natürlich an zu prahlen was für ein harter hund er ist ihr wollt hart sein ich bin über 50 schlatt abgesprungen 80 kilometer marschiert und hab ein dutzend terroristen mit bloßen händen getötet und der marine so gar nicht mal schlecht aber ich bin im dunkeln an der küste gemattet 100 kilometer marschiert und hab 50 terroristen mit bloßen händen getötet jetzt können wir uns reden so ein quatsch einer weniger also der siel so ich bin 120 kilometer zur küste gesprungen der auf den turm kann uns jedenfalls nicht mehr sehen der will einer einen witz erzählen pfff der siel grittet sich über beide Ohren und fordert den delta auf ich hab hier keinen witz ich hab hier nur tote der delta forsa kein wort jetzt direkt ein kreuz passt ja er schützt die kohlen des feuers mit seinem schwanz was denn jetzt musst du dann anhören wenn du mal nachguckst dann hier ich hab hier keine Witze alter ich treff den idioten ja das wäre es gut wenn du ihn triffst ich hab den voll ins Bein geschossen der hupala da hat jemand geschossen da kommen welche einer kommt kümmert du dich darum ja die überleben einen schuss mittlerweile ja sind halt besser gerüstet ne sind doch besser gerüstet danke sehr kommt was von hinten ich hab gesagt kümmert du dich um hinten ich hab gedacht nur einer aber fick der scheiße pass auf kannst du den mörser einsetzen rette mich bitte lass mich da nicht liegen keine ahnung mir steht nicht helfen jetzt nicht helfen heilen du kannst mich schon verliegen lassen ja komm jetzt unsere kollegen endlich mal die nützen uns jetzt auch nicht mehr viel ich so extra pass auf ne kommt einer von hinten was machst du einer weniger einer weniger ich treffe den typen einfach nicht schnell immer wenn man schießt ist der ah man ey der bewegt sich dann in dem moment wenn man schießt ich hab ihn gut hinter uns vor uns überall aber wie lange lehrt der denn nach wegsläufe die waffe das ist ein treffer oh äh hier fliegt ne waffe in die luft uch solange es nur da ist ich setz mal ne drohne ein ich setz mal ne drohne ein hinter mir ich bin am boden komm mal tu 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 vorgehen praktisch vorgehen willi versuch taktisch naja bei den drei du kümmerst dich um den ersten sehen den ersten schon hinteren neben den ganz hinten habe ich schon was so die sehen dich der eine ist tot einer lebt noch anderer tod alle da gehen sie da fliegst du also ich fliegen schick du schießen kannst oder wird dann fliege ich jetzt ist es egal ich bin der der aufnimmt nicht du dafür schwere dich nicht wenn ich es jedoch das gegenteil anbieten zu den da oben meinen talen abschließen schon dann fliegt vorsichtig steht gerade gar nicht fliegst echt super ich stehe bewegt sich trotzdem sehr ich mag gar nichts einer tod warte mal ich versuche mal von hier aus kann ich leider nicht mehr seinen kriff aber granaten kann ich werfen flieg mal weiter nach links keine ahnung ob der trifft flieg weg flieg weg und dann lande irgendwo wir sicher sind auch hat er sehr viel gebracht mit einer haben sonst auch immer erwischt ist richtig mich für uns anständig irgendwelche fähigkeiten ja das ist wichtig alles mitnehmen was geht jetzt können wir sie hier hochlocken dann tötest uns hier oben das ist voll richtig so können wir auch reingehen wo sind bitte unsere kollegen unsere rebellen zweites ziel da drüben sie ist ein dritten hat er seine dritten schon da die gehen weg die drei hier entfernen sich von dem lager so gut vorsicht die ränder gerade vorbei warum sterben die nicht bei einem kopfschiff granate habe ich erwischt aber der andere hat mich durch den busch mal wieder erwischt ich töte ihn und rette mich dann er ist tot kommen mich retten ich habe ihn aber auch durch den busch erwischt ja gut aber das ist ja gut aber ja jetzt kommen die kollegen ja von denen aber die wissen ja nicht wo wir sind bist du sicher wenn du da einfach direkt wieder hinläufst ja du bist offen einfach mal hinlaufen auf zwei schüsse getroffen drei schwarzen ja da sind sie auf jeden fall die kommen jetzt hier hoch ich weiß nicht wo wir sind nun welche richtung ungefähr wie können die mich sehen ich bin auf einer schreien mauer können mich durch den bus sehen ja das geht das voll in ordnung töte ihn so rennen wir mal rein komm nein wir gehen langsam rein das ist ein taktik spiel warum spielt er nicht taktisch muss ich etwa noch mal vor es wird ja es kommen immer wieder mehr gegner wenn wir einmal das ding holen dann haben wir es ja ach wenn man einen eingesammelt hatten ist hat man es hast du schon ja dann lenk sie ab ja sind überhaupt noch welche ja da hinten im lager wahrscheinlich hinter uns sind auf jeden fall welche hinter uns sind leute vier leute fünf leute jeder mal jeder mal weiß noch nicht ob ich hier runter kann schnappt einfach schnell schnell schießt waffe und dann gib ihm gib ihm oh mir die gatt oh verdankt ab ab ist es jetzt können wir abhauen ich bin im gebäude drin hallo steck doch aufs motorrad du trottel ja toll du schaubst der motor und perus ab ja war ja doch klar sorry ich kann mich holen wie denn ich springe einfach ich bin tot ich bin durch den boden gefallen ich bin einfach runter gesprungen aber normal haben die sachen jetzt eingesammelt ja normal schon dann können wir jetzt gehen äh wo waren denn deine sachen ja wo waren denn deine sachen wie deine sachen oben auf dem turm oder was ja achso meine waren im haus so da war ein laptop äh wie lange nehmen wir schon auf äh seit 10 uhr knapp guck mal oder siehst du die nicht moment 1,30 ja gut dann machen wir hier kurz einen cut ne jo und sehen uns dann gleich wieder bis gleich tschüss